hallo und herzlich willkommen bei RedDocGamble ich bin heute wieder auf die nach dem ticket und heute habe ich das spiel haste kassel fantasy kings the kingdom ich werde es mal sofort starten ich habe es gerade downgeloadet und ich denke mal jetzt kommt bestimmt noch ein kleines update ich habe das spiel noch nicht gespielt ich weiß nicht wie das geht deswegen bin ich auch ganz gespannt was jetzt passiert hier unten sieht das ja aus als ob da karten liegen so ein spiel ist das okay also so eine art wie american dad oder ja genau american dad oder wie ist das andere city zero oh oh und und rüber und 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 Also solche Spiele mag ich ja, wie American Dead or City Zero. Ah, ich habe gar keinen Sound drin. So. Hört sich witzig an. So. 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 Und die Ausbildung. Ich habe 1600 Münzen. Also Spielprinzip kenne ich ja hiervon. Wo ist hier der Raum, wo man Kinder machen kann? Eine Waffenkammer. Das ist der Thronsaal. Naja, okay. Wir schauen mal weiter mit den Kämpfen. Was ist das hier? Nichts. Verlies. Okay, erst ab Level 9. Oh, ist ein bisschen größer wie die anderen beiden. Okay. 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 Die Kiste noch öffnen. Entfernen. Kostet ein Diamant. Gibt es hier nicht auch einen, der automatisch einsammelt? Wo muss man den erst freispielen? Oh, schwimm verboten. Wegen Wasserfall. Hm. Ah, den meinte ich doch. Ich hab das. Tschüss. Ich hab das hier. Es ist geschützt. Ich hab das. Ich hab das gemacht. Ich hab das. Deswegen hab das, dass ich nur noch niemals auf showersangehen. Ich hab nicht gerade malen Farge. Ich hab das. Ich hab jetzt malen Farge dazu. Ich hab das Gefühl in den Karotte. Ich hab das ststellungsgeland. Ist alles genauso wie bei den anderen beiden Spielen, die ich gerade erwähnt hatte. Entfernen und den muss ich verbessern. Gratisbeschleunigung. Belohnung abholen, ok. Fünf Minuten ist gratis. Hm, jetzt fehlt mir Gold. 20.000 könnte ich haben. Dann muss ich jetzt so lange kämpfen, bis ich 10.000 Gold habe. Ein bisschen warten, bis er wieder volle Energie hat. Ok. Warte mal, das war die Küche, ja. Speisesaal. Das ist die Schatzkammer, auch wichtig. Ich brauche noch ein paar Leute. Oh, das wird schwer. Ich muss gleich mal schauen, ob ich irgendwie besser ausrüsten kann. Sonst werde ich gleich Probleme haben mit dem nächsten Kampf. Oh, ich muss erst anlegen. Anlegen nicht möglich. Ach, ich habe im Kampf nur 4 und ich brauche 6. Hm, deswegen. 131. 131. Dann mal den. Oh, das ist besser. Das ist auch besser. Schlechter. 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 Für den Koch. Der Koch ist hier unten. Wir haben es geschafft, aber wir machen noch einen Kampf. Dann will ich das Ticket abholen. Dann kann ich das. Dann wollen wir doch mal einschließen. Die Lüste läuft doch schon viel besser mit der anderen Rüstung. Manchmal ja Waffe. Ausrüsten immer ganz wichtig bei dem Spiel. So, das war es nun für heute. ich gehe jetzt die Quest hier ab, also nur dass die Quest aufmachen, was ist da drinnen? Gut und das war's für heute. Bestätigen, noch mein Ticket abholen, Ticket einsammeln, okay, vielen Dank fürs Zuschauen, ich würde mich freuen, wenn du am nächsten Mal bist, bis dahin viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.